Jo, herzlich willkommen zurück zu Turok, mein dritter Teil inzwischen. Und wir sind immer noch auf der Suche nach unserer Absturzstelle. Wir drehen uns hier durch das Gebüsch. Boah, da komme ich in den nächsten. Alter. Oh fuck man, das war der falsche, ich Idiot ey. Ah, da ging noch. Boah, ich gehe mal ein bisschen in Deckung. You go right? Okay, also er geht rechts rum, dann gehe ich links rum. Ich werde auch ganz leise schleichen, dass die uns nicht entdecken. Ich blick gerade, ob ich da hoch kann, ohne dass sie mich sehen. Ja komm, ich versuche es einfach mal. Jo, hat sehr gut funktioniert. Wir gucken, ob ich das vielleicht in die Luft jagen könnte. Oh fuck, jetzt kommen hier auch noch Dinosaurier. Hier ist auch eine Waffe und eine Waffenkiste. Ich gehe jetzt einfach mal da runter. Ah shit. Ah shit. Das ist einfach wahnsinnig in Deckung. Wir hätten da jetzt geschossen. Hier. Boah. Drei auf einen Streich. Ich muss mich erholen. Fuck, fuck, fuck. Boah, schnell weg hier, schnell weg hier, schnell weg hier. Ups. Sorry mein Freund. Ich brauche Schütz, 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 Schütz. Boah. Boah, der war richtig knapp. So, dann haben wir den auch erledigt. Ich glaube, das war der letzte. So, jetzt gucken wir mal, was hier in der Kiste ist. Ach, es war nur Munition. Okay. Dann laufen wir doch mal direkt weiter. Hier raschelt auch irgendwas im Gebüsch. Ah, ist aber nichts. So, warte mal. Jetzt habe ich gerade die Orientierung verloren. Wir müssen, ich glaube mal, hier durch. Ja, sieht gut aus. Yo. Hier müssen wir richtig sein. Und dann lassen wir hier hochgucken. Ja, komm, wir laufen da mal vor. Wir sind auf jeden Fall auf der richtigen Spur. Hoffe ich doch mal. Genau. Und wir müssen jetzt durch diese Facility, also durch dieses Fabrikgebäude, wo das sind zwei Dinos, Hold Shift to use a weapon as an 8-frying-Mode. Soll ich jetzt einfach abknallen, oder was? Ich glaube schon. Boah, der ging ja schnell. Oder war... Oh, die sind, glaube ich, freundlich. Oder? Greifen die mich an? Ich glaube, die greifen mich gar nicht an. Die brauche ich gar nicht killen. Sorry. Sorry, sorry, sorry. Na, ich glaube nicht. Obwohl. Greift der mich an? Nö. Das sind freundliche. Alles easy. Aber die hier nicht. Ah, jetzt kann ich hier tauschen. Hold 4. Ähm. Nö, ich behalte die natürlich. Ich behalte die MG. Ja, wir müssen da jetzt durch. Ah, erstmal kurz nachladen. Wow, fuck. Was war denn das, ey? Eine Granate. Nicht mit mir, meine Freunde. So, da ist auch noch einer. Boah, es geht nur ab. Was ist das? Ich glaube, das waren alle. Nö. Da oben ist noch einer. Oh, sorry. Sorry, Slade. Hier ist einer. Und da. Noch mal einer. Komm, wir laufen uns auch mal da rein und gehen da hoch. Dann treffen wir die besser. Hier. Ich trete ein bisschen schlecht. Ich muss mal ein bisschen näher ran. Obwohl, jetzt haben wir... Yo. Aber einer ist doch hier. Hier oben ist noch einer. So, und der letzte. Perfekt. Nachladen. Nö, da ist noch mal einer. Da unten. Wo, 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 wo. Shit. Ich muss glaube, ein bisschen mehr in Deckung gehen. Und was wir gerade einstecken. Wir haben ja, glaube ich, auch noch eine Granate. Soviel ich weiß. Die eff ich da jetzt einmal mal rein. Oder? Ich gucke mal durch. Bogen. Messer. Nee, wir haben gar keine Granaten. Ich dachte, wir hatten vorhin eine eingesammelt. Aber na gut. Ich bleib jetzt mal bei der Wumme hier. Komm, wir laufen mal ein bisschen außen rum. Gehen wir halt in Deckung. Schön. Ja, hier in dem Gras kann ich mich auch nicht sehen. Also kann ich mich gut verstecken. So, da kommen jetzt, glaube ich, noch einige hier vorne. Können wir auch mal hier schauen, ob hier noch irgendwas gibt, was wir gebrauchen könnten. Denn die Granate wäre echt geil. Also ich dachte, wir hatten vorhin eine. Ey, cool, hier kann man hoch. Gucken wir mal nach oben. Also ich dachte, wir hatten eine Granate eingesammelt. Ganz am Anfang. Ja, aber irgendwie ist die weg. Ach, geil. Ein paar Pfeile noch. Ah, perfekt. Ey, dann können wir hier über das Rohr rüberlaufen. Ich hoffe, die sehen uns nicht hier oben, aber ich glaube nicht. Ja, es scheint zu funktionieren. Perfekt. Und jetzt müssen wir, glaube ich, hier unten rein. Entweder hier rein oder... Wow, das sind echt viele. Soll ich jetzt einfach Niedermetzeln oder... Ich guck mal nach hoch. Geil, das sind Granaten. Perfekt. So, und wie wähle ich die jetzt aus? Ähm... Vielleicht auf G? Ne. Wo kann ich denn meine Granaten auswählen? Auf G geht's auch nicht. Mausrad auch nicht. Na gut, jetzt gehen wir erstmal davor und... Gucken, ob man reinkommt. Schnell, 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 schnell. Yo. Wir sind drin, ey. Perfekt. Ey, wie kann ich die denn nicht einsammeln? Ah, jetzt. Geil. Aber nur, ich bleib lieber bei denen, genau. Besser, besser. Was haben wir hier noch Schönes? Ach, die haben wir ja gerade. Die gleichen Waffen. Wo? Komm, komm, komm. Bämst. Hier drin gibt's doch gar nicht mehr, außer halt Munition und Waffen. Kann man nachladen. Und dann geht's wieder raus. Ich glaub, wir müssen da unten rein. Also direkt unter uns ist der Eingang. Komm, ich spiel jetzt hier einfach unter. Ist mir jetzt egal. Fuck, fuck, fuck. Oh, ne, Granate. Weg, weg, weg. Scheiße. Aber ich muss echt ein bisschen vorsichtiger sein. Und ich möchte mal gerne wissen, wie ich die Granaten verwenden. Auf welchen Lauf das geht? Also auf dem Mausrad geht das nicht. Oh, jetzt muss ich wieder von mir vorne anfangen. Das ist ja fuck. Ähm, ja, jetzt gehen wir erstmal zu den Granaten und sammeln die nochmal ein. Oh, ne, ja, jetzt gehen wir mal ganz schnell durch. Und ballern sich einfach über den Haufen. Boah. So, nachladen. Boah, schon wieder eine Granate. Kommst, vielleicht hilf mir mal ein bisschen. Hier, mein Freund. Boah, schon wieder eine Granate. Weg, 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 weg. Ach, was, Mann. Ich renne direkt rein, oder wie? Hey, das gibt's doch nicht. Okay, jetzt, meine Freunde, jetzt geht's ab. Jetzt ist das Maß voll. So, nachladen. Haben wir alles. So, ich den... Ah, genau, ich nehme jetzt einfach mal den Pfeil, wenn... Ist der nachgeladen? Ja, perfekt. Spannen. Und... Nicht getroffen. Cool, er rennt da hin. Ey, fuck, ich wollte echt gar nicht schießen. Das funktioniert nicht so, wie ich das wollte. Dann machen wir das doch einfach. So. Auf die alte, bewährte Weise. Ey, ich dachte, die greifen mich nicht an. Du Sack. Hat mich hier voll umgeboxt, ey. Alter, alter. Sind sie doch nicht so freundlich. Ich glaube, denen darf man einfach nicht zu nahe kommen. Dann machen die nichts. Oder? Ja. Erstmal nochmal nachladen. Funktion einsammeln. Perfekt. Und ich laufe am besten mal hier links rum. Dann sind wir nämlich nicht so im Blickfeld. Mal in die Deckung gehen. Sind auch noch ein paar Knochen. Ach ja, wer schießt der jetzt auf den? Ah. Wo kam der jetzt her? Aus der Höhle oder was? Er kam hier raus. Hier. So, nachladen. Alter, da geht's nochmal ganz schön runter. Hui. Fuck, fuck, fuck. Deckung, Deckung, Deckung. Ey, das gibt's nicht. Ich muss das, glaube ich, echt ein bisschen ruhiger angehen. Diese Stelle hier. Am besten mit dem Bogen, glaube ich. Ich versuchte jetzt mal echt mal nur mit dem Bogen zu machen. Die sollten mich halt überhaupt nicht erst entdecken. Was mich echt ein bisschen nervt, dass man hier nicht sprinten kann. Das ist echt so seltsam. So, hier haben wir den ersten. Spannen. Fuck. Yo. Sauber. Ich glaube, hier oben ist auch noch irgendwo einer gewesen. Nee. Aber wir gehen jetzt erstmal die Leiter hier hoch, weil hier oben waren noch Pfeile. Die bohren wir jetzt. Ich glaube, das wird das Beste sein, wenn ich das echt alles mit dem Pfeil und Bogen erledige. Dann hören die mich nicht und... Yo, mehr Munition. Soll ich auch, ob wir ihn hier oben erledigen? Ich versuch das mal. Yo. Sehr schön. Da ist noch einer. Shit. Super. Ja, perfekt. Mit dem Bogen hören die einfach nicht. Das ist eine gute Taktik. Hier waren auch noch mal ein paar. Da, da sind noch welche. Spannen und... Bum. Aufs Beinchen? Ja, komm. Hehe. Hatschot. Ich glaube, das waren alle. Yo. Das müssten alle gewesen sein. Hier oben links liegen noch ein paar Granaten. Die werde ich direkt mal einsammeln. Sehr schön. Boah. Wo? Wo ist der? Hier. Er scheint da zu hängen. Schöner Glitch. Ups. Ah, fuck. Komm, komm. Sauber. Einen haben wir noch. Der ist irgendwo hier unten. Kann der nicht da durchspringen? Nö. Sehr schön. Ich glaube, das waren alle. Ja. Yo. Und wir sind drinnen. Sehr schön. Wo ist eigentlich Slate? Unser Kamerad? Hm, der wird schon noch kommen. Da ist er doch. Objective Explorer. MG Facility. Okay, also wir müssen jetzt die Facility hier untersuchen. Also diese Fabrik. Und ich höre schon wieder ein paar Schüsse. Wo kommen die denn? Hier, hier, hier. Bam. Er hat gesessen, ey. Oha. Ich glaube, ich brauche noch eine andere Waffe. Komm, 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 komm. Da ist noch einer. Okay. Es wäre geil, wenn man die Pfeile hier auch einsammeln könnte wieder. So wie bei Crisis. Aber es geht hier leider nicht. Aber na gut, ist ja nicht so schlimm. Was haben wir hier? Da haben wir eine Bedienkonsole. Aber da kann man nichts drücken. Also dann gehen wir mal weiter. Komm, Rambo-Style. Nachladen. Nachladen. Wo ist der 10-Aus? War bei mir. Super. Ich will ja auch dauernd jemand sprechen. So nuscheln. Flüstern. Ach, hier sind welche. Waren welche, meinte ich. Nachladen immer. Nicht vergessen. Sehr schön. Munition einsammeln. Nicht vergessen ist immer sehr wichtig. Dass wir mich irgendwann ohne da... Alter! Shit! Das ist ja mal krass. Komm, ein Versuch noch. Aber ich nehme auch wieder die Knallen, die machen am meisten Spaß. There you are! Bams! Da kommt noch einer. Ich muss diesmal aufpassen bei den brennenden Fässern hier. Bei der Treppe da oben. Wo, 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 wo. Hier. Du Arsch! Ja, Munition haben wir genügend. Das ist immer noch zu der Seite hoch. Sehr schön. Boah! Boah! Deckung, 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 Deckung. Boah, ich muss mich mal kurz irgendwo erholen. Ich bin nämlich gleich am Arsch. Und auf ein neues. Get down! Hier ist noch einer. Da ist auch noch einer. Komm, komm. Ich glaube, das war's. Dann gehen wir nochmal eine Etage höher. Wir haben Munition. Weg, 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 weg. Uh, der war knapp. Du Arsch! Watch your head. Ja, die werfen hier immer so brennende Fässer runter. Ich hoffe, diesmal geht's. Yo. Take him down. Da ist noch einer. Hier, hier, hier. Sehr schön. Deck cover, Deck cover. Komm, einen haben wir noch. Ich hör'n noch. Guck, wo geistert der doch rum. Da. There you are. Hehe. So, das waren alle. Alles Gärchen. Ich mach' hier einen kleinen Cut an der Stelle. Und, man sieht sich beim nächsten Video. Peace! Das war's. So, das war's.